Hello guys, welcome back to another video. Ich bin's, eure Lara. Jeder, der mich intensiv verfolgt, weiß, dass ich Lara bin und diesen Kanal führe. Oh wow und oh wunder. Ja, mir geht's gut, Leute. Alles gut. Es war sehr stressig im Moment. Ein paar Leute von euch oder ein paar Abonnenten von mir haben alte Videos von mir angeschaut und immer fleißig kommentiert in den Kommentaren, dass sie mich vermissen und ich habe mich sehr darüber gefreut und fand das sehr, sehr süß. Herzlichen Gehen an diese Leute raus. Ihr wisst, wen ich meine. Danke dafür erstmal und ja, ich bin jetzt wieder am Start. Es sind noch fast zwei Wochen Schule. Nicht wirklich wird da irgendwas durchgenommen. Ich bin jetzt mit den Arbeiten und Schreiben fertig. Endlich. Es sind zwei Wochen Ferien. Ich freue mich darauf. Jetzt werden hoffentlich auch wieder mehr Videos kommen und oh Wunder. Ja, Leute, ich bin blond, falls ihr das noch nicht mitgekriegt habt. Ja, leider wollte ich dazu auch ein Video drehen, aber leider habe ich es nicht gemacht. Das ist urtypisch für mich. Aber wie gesagt, darum soll es heute nicht in diesem Video gehen, denn ich habe heute ein paar Looks für euch abgedreht, die perfekt für ein Festival sind, denn jetzt ist die Festivalsaison angeläutet worden. Und ja, da habe ich ein paar bequeme und ein paar sexy und auf jeden Fall stylische, meiner Meinung nach. Jeder sieht das ja anders. Die könnt ihr mir gerne nach diesem Video im Kommentar dalassen, wie ihr die Looks findet. Und gerne auch einen Daumen nach oben lassen, da würde ich mich immer drüber freuen, denn der Algorithmus muss jetzt wieder gepusht werden. Auf jeden Fall wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß beim Videoschauen. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.